Wolltet ihr schon immer euer eigenes Unternehmen gründen, wusstet aber nicht, wo ihr anfangen sollt? Keine Sorge, denn Jimdo und Legtera haben alles, was ihr dafür braucht. In nur wenigen Stunden erfahrt ihr, wie ihr euer eigenes Online-Business startet und mit eurem Hobby oder Lieblingsdingen Geld verdient. Ihr wisst nicht genau, welches Business ihr gerne starten wollt? Wir haben mehrere Geschäftsideen für euch vorbereitet, aus denen ihr das Passende für euch wählen könnt. Darüber hinaus lernt ihr die Essenz hinter den effektivsten Marketing-Methoden kennen und wie der Online-Verkauf, das Website-Design und die Website-Optimierung funktionieren. Jedes Thema wird von Speakern vorgestellt, die sowohl über praktische Fähigkeiten als auch über das fachliche Know-how in diesem Bereich verfügen. All das bekommt ihr in unserem Kurs. Neue Kundschaft wartet auf euch. Also, worauf wartet ihr noch? Bildet euch kostenlos weiter und baut euer eigenes Business auf. Ganz einfach mit unserem neuen Kurs Online wachsen, wie ihr euer eigenes Business aufbaut. Von Jimdo und Legterra.